nummer drei reale corona irrsinn in dieser harmlos anmutenden bar in timmendorfer strand regt sich seit einigen tagen widerstand gegen die oberigkeit was auch noch mit die erdnüsse bei uns kosten 26,50 euro das sind doch peanuts genau das werden sie auch gleich sagen die erdnüsse sind zu viel peanuts wie viel ist doch wucher wie viel kosten das ist doch wucher warte die erdnüsse bei uns kosten 26,50 euro 26,50 euro für erdnüsse das ist peanuts das ist doch wucher möchte man meinen ja allerdings und das obwohl die bundesregierung den gastronomen hilft und zuletzt angekündigt hat den mehrwertsteuersatz von 19 zunächst auf 5 zu senken gilt aber leider nur für speisen und erdnüsse ist keine speise die aktuell noch gar nicht geöffnet haben und die eventuell auch gar keine speisen servieren somit gar keine möglichkeit haben dadurch geld wieder rein zu bekommen haben wir als protestaktion beschlossen nur noch speisen zu verkaufen protest papa la papp erdnüsse sind doch keine speisen das sind peanuts wer speisen verkauft hat glück und wer nur getränke verkauft hat eben pech da sind kleine snacks zwischendurch das ist ja das kann man ja so nicht sagen das sind ja das sind ja keine das ist ja das ist kein essen das ist ja sich nun mal nichts dran drehen kein problem wir erzählen schon mal was zur corona sofort hilfe die soll künstlern deren auftritte ausfallen finanziell helfen und die hat bauchredner marcus geuss sogar bekommen doch jetzt hat er ein kleines problem nein die kleinen künstler unterstützt war in welcher form problem bei der corona sofort hilfe ist es darf nur für rein betriebliche ausgaben als betriebskosten habe ich einen bus mit dem ich meine großen requisiten zu den auftritten bringen kann ich habe lagerräume ich habe ein büro aus dem ich alles organisiere und das ganze benötigen natürlich strom heizung internet telefon und so weiter ist doch super die soforthilfe hält den betrieb am laufen und dafür dass bayerische künstler nicht verhungern setzt sich krisenmanager marcus söder ein das reicht dann wieder nicht das reicht dann nicht fürs essen es ist ja nur fürs betrieb und essen da halten die künstler für die nächsten drei monate 1000 euro pro monat als unterstützung ich sage ganz ausdrücklich bayern ist das wahrscheinlich und wir wollen die kunst sehen und die künstler nicht allein lassen man ist jetzt im nachhinein ist es blanker holen was gibt denn dazu meckern zum essen und leben gibt es noch mal zusätzlich künstlerhilfe ist doch toll wenn man sie bekommt dass wir 3000 euro insgesamt bekommen können wenn man aber corona sofort betriebs ausgaben das habe ich gehört wenn das eine beantragt hast und das eine bekommen hast dann hast du den anschaut automatisch den anspruch auf das andere verwirkt das ist dann da kriegst du das dann ja also ein lieblich bekommst du beides aber wenn du das wenn du damit dass du das eine beanspruchs unterschreibst du auch dass das andere echt kommen hat die über dem liegen bekommt man gar nichts ach so wenn es über dem drauf liegt also eine zu viel bekommst das amt die wenn das landstil zu viel bezahlt dann bekommst du kannst ja mit dem rest was du was zu viel bekommen hast kannst ja kannst du dann damit kannst du dann essen bezahlen oh man lebt doch vom applaus allein essen ist da nicht so wichtig von luft und liebe na was soll was essen der ist dick genug ein bisschen diät hat noch keinen geschadet apropos essen zurück in timmendorfer strand was ist denn wenn jemand von den erdnüssen nicht satt wird wir hätten auch noch eine leckere tüte chips für 8 50 dazu wir wählen aperol spritz anbieten na dann guten appetit es ist herrlich ja krone regel manchmal echt unverständlich es ist echt ist echt manchmal ehrenfläume das wenn ich mich schon angeguckt hätte könnte man das sich noch mal geben aber das dauert eine stunde kann man nicht darauf reagieren ist total vier brauchen wir noch das wollen wir noch sehen dafür haben wir schon wo haben wir hier hier ja also in der gesammelte corona losen extra 4 6 gibt es wahrscheinlich noch nicht dafür haben wir schon gesehen hey modi der künstlerbonus in der corona special folge so der gesammelte corona irrsinn teil vier gut der reale corona irrsinn das ist familie heuer aus lüneburg tochter lale besucht die dritte klasse einer grundschule in der stadt so weit so klar aber jetzt wird es kompliziert also am samstag kriegt man einen anruf von der schule dass in der parallel klasse von lale ein corona fall ein bestätigter corona fall ist und dass die der gesamte jahrgang für eine woche zu hause bleiben soll gesagt getan lale blieb ab montag erst einmal zu hause am montag kriegten wir dann in der halle was das für ein name lale auch schön habe ich noch nicht gehört lale 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 wie ihr öfter man das ausspricht desto will jetzt wir jetzt nicht den namen würde nicht das mädchen runter macht aber ok lale war war gar nicht so werbend gemeint das ist ich finde den namen nur neu ich finde es schön findet für einen neuen namen das ist die eltern der namen sagt mir die eltern lassen ihr kind ich meine auch außergewöhnliche namen ist das sind da die Liebe Eltern, passt auf, wenn ihr ihren Kindern einen Namen gibt, passt auf, dass das so was wie La Le Lu nicht passieren kann. Die werden in der Schule gemobbt. Das ist in der Grundschule gerade in den ersten Klassen, in den zweiten Klassen und so weiter. Wenn sie dann eingeschaut werden, das im Kindergarten, die die Freunde, die Leute, die die Leute in der Schule kommen darauf. Das ist solche. Sucht euch einen Namen aus, der nicht der nicht faune pipett werden kann. Das ist ja toll, aber stellen das nicht nicht bei einer 8, sondern bei einer 20 jährigen Studentin vor. Was auch, das ist, da wirst du als Erwachsener nicht mehr ernst genommen. Nehmt einen Namen, denkt euch einen Namen für euer Kind aus. Man hat doch neun Monate Zeit, bis das Kind auf die Welt kommt. Da fangt ihr halt nicht erst zehn Tage vor der Geburt an, euch einen Namen auszudenken, sondern euer Kind wird euch danken, wenn ihr euch einen Namen ausdenkt, der... Ich meine, wenn ihr das gut findet, wenn ihr wollt, dass das Kind als Spitznamen Lale heißt, dann könnt ihr es... Dann nennt es Larissa oder sowas, dann kann es auch Larissa Lea oder so weiter und so weiter... Dann kann der Spitzname Lale heißen. Dann kann man es als Eltern Lale rufen oder sowas. Es gibt Möglichkeiten. Versteht das halt... Aber das ist halt irgendwie... Gebt euren Kindern einen vernünftigen Namen, das ist... Immerhin war es nicht Ferrari, Gucci oder Repairin, die sind alle durchgekommen. Was dir geht, das geht. Manche Namen sind ja verboten, die darfst du ja deinem Kind nicht geben. Es gibt ja bestimmte Namen. Oder Mad Eagle. Ach man. Ja, machen wir weiter. Dann haben wir es jetzt nicht das Thema. Von der Schule, dass die Klassen in voller Klassenstärke wieder antreten sollen, nur die Parallelklassen... Ach nee, nicht Präsenzunterricht. Auch Präsenzunterricht in Kona-Zeiten ist auch was herrlich dämliches. Das ist halt... Da sollen die Schüler wieder ein 30 zu 30 in Klassen sein und dann wieder zu 30er Gruppen... Und das ist halt... Wer denkt sich sowas aus? Das ist Präsenzunterricht in Kona-Zeiten. Das ist doch... Das ist doch entgegen allen Regionen. Das ist doch komplett... Ich weiß, worauf das hinausläuft. Das ist... Ich kenne das. Ich kenne das von meiner eigenen Familie. Das ist... Meine Schwester geht noch in die Schule. Meine kleinere Schwester... Da geht es letzt... Also irgendwo... Die ist jetzt auch schon Richtung Abschluss. Und der dann auch noch... Die geht es jetzt langsam Richtung Abschluss. Aber die muss dann auch schon... Naja, aber in den Grundschulen und bis zur siebten Klasse finde ich es schon gut nötig. Ja, Präsenzunterricht. Meine Fresse. Dann hören wir mal weiter, was hier speziell die Sache ist. ... weil aufgetreten ist. Die sind in Quarantäne. Also ab Dienstag wieder hin. Ach, sie hat einen Corona-Fall in der Klasse. Na, dann muss sowieso... Da muss sie eigentlich dicht gemacht werden. Das dämmert wohl auch dem Gesundheitsamt in Lüneburg. Ach, ist noch gar nicht abge... Sie haben einen Corona-Fall in der Klasse und der... Und es ist aus irgendwelchen bürokratischen Gründen noch gar nicht passiert, dass die... Und dass das geschlossen wurde und die müssen weiterhin zur Schule gehen. Ach, du Schräg. Ja, ähm... Corona-Fall in der Klasse. Da muss ja wohl dicht gemacht werden, sobald... Sobald Corona erkannt wurde bei jemandem. Das wird ja normalerweise, wenn nicht Krise ist, wird das ja schon bei der... Das wird ja schon bei den Windpocken, wenn irgendjemand... Wenn irgendjemand... Ne, Läuse... Die klassische Fall Läuse kenne ich. Wenn jemand Läuse hat oder so weiter, wird das schon dicht gemacht. Das ist ja schon... Irgendjemand eine harmlose kleine... Wenn irgendjemand... Masern hat, die Pocken oder irgendwas, was halbwegs ansteckend ist. Da wird ja schon... Es ist ja nicht nur Corona, ist ja Corona, ist ja dann noch mal tageschauer. Es wird ja schon bei... Wird schon bei... Bei einer mittelmäßig ansteckenden Krankheit hier nicht beim Schnupfen, aber wenn es dann ein bisschen schwieriger als Schnupfen ist, dann geht es hier zur Sache. Noch während des laufenden Dienstagvormittagsunterrichts sind dann die Kinder, die in der Schule waren, in Quarantäne geschickt worden. Sekunde, da habe ich hier den Chat nicht. Der Chat, doch eigentlich... Doch, der ist hier nicht zu sehen. Ja doch. Okay, der hat wohl ein Missverständnis vorgelegt. Ist bloß halt ein bisschen hell. Der Chat wird eingeladen. Funktioniert. Funktioniert. Eine etwas andere Schule. Die Hundeschule von Jennifer Jäckel in Fellberg in Nordrhein-Westfalen. Das ist zwar keine Schule im klassischen Sinne, aber... Aber auch für die... WhatsApp, das ist auch für die Hundeschule... Weiß auf weiß halt. Ja, ähm... WhatsApp, auch für die Hundeschule gilt... Gelten Schulregeln, weil es eine Schule... Weil es sich als Schule nennt, dürfen wir wahrscheinlich dieselben Regeln einhalten. Es ist... Ich sehe es schon kommen. Das Ordnungsamt hat gesagt, dass meine Hundeschule eine Bildungseinrichtung sei. Ja, dann ist doch alles paletti. Schließlich sind die Schulen doch geöffnet. Die müssen jetzt auch online... Und die Hunde müssen jetzt auch online Unterricht bekommen. Ja, online Unterricht für Hunde, jetzt kommt es. Die müssen jetzt vorm PC sitzen, die Hunde. Und online Unterricht haben. Müssen jetzt per online vor der Facecam, vor der Webcam müssen sie lernen, wenn man es jetzt... Sitzplatz ausmacht. Das ist online Unterricht für Hunde. Dass alle Bildungseinrichtungen schließen müssen, außer Schulen, Universitäten, Volkshochschulen und Musikschulen dürfen auch geöffnet bleiben. Alle anderen Schwimmschulen, Hundeschulen und ähnliche müssen zu sein. Ja, Moment. Die Kommunen... Das steht ja Schule im Siedler, das ist ja... ...entscheiden selbst, wie sie die Corona-Schutz-Verordnung auslegen. Das hat uns das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales mitgeteilt. Das heißt... Jeder tanzt nach seiner Pfeife und jedes... Und jedes... Es ist alles nach... Es muss alles... Hauptsache... Hauptsache jeder kann nach seiner... Bundesweite... Bundesweite Maßnahmen an sich, die sich jeder anhalten muss... Pff... Nein. Darf ausschließlich Welten Spiel anbieten. Dabei darf ich aber auf keinen Fall Wissen vermitteln an die Hundehalter. Und... Hunde vor allem nicht. Du darfst den Hunden kein Mathe beibringen. Auf keinen Fall. Unterlass das bitte. Du darfst den Hunden auf keinen Fall Mathe oder Sprachen beibringen. Du darfst den Hunden nicht das Reden beibringen. Versuch es gar nicht erst. Du darfst jetzt auf keinen Fall... Ja, an die Härchen. An den Besitzer. Hat sie gesagt. Auf keinen Fall Wissen vermitteln. Meine Kolleginnen in Essen dürfen Einzutraining im öffentlichen Bereich machen. Nicht auf dem Betriebsgelände. Die Kolleginnen in Ratingen oder in Hagen zum Beispiel. Die würden auf dem Betriebsgelände ganz normal gucken und Einzelunterricht. Und dann muss jene Auflagen machen. Wow. Das ist ja ein tolles Durcheinander. Zurück zu Familie Heuer. Hallo, ich bin wieder da. Wie ging es denn weiter? Wir kriegten auch eine Anweisung, dass ein Elternteil oder Betreuer mit in Quarantäne muss. Na schön. Aber bei der Frage, wer das sein soll, da hat das Gesundheitsamt Herz gezeigt. Wir durften uns das frei ausmachen. Schnick, schnack, schnuck. Okay. Und wer hat verloren? Quarantäne als Gesellschaftsspiel. Jetzt neu. Von Lüneburger. Jetzt haben sie wahrscheinlich so ausgemacht, dass der Typ, der... Der Vater muss in Quarantäne, weil die Mutter einen besseren Job hat. Die Mutter, der Vater muss in Quarantäne. Die Mutter, der Frage, ist auf diese Åretage? Untertitelung des ZDF, 2020